Hallo nach Deutschland und willkommen zu Worcester. Ich melde mich heute nochmal und zwar diesmal von einem Spiel, was wir uns anschauen werden aus der Mannschaft. Wir sind nämlich heute hier, alle um unsere Herren zu unterstützen beim Spiel gegen Polen. Ihr seht hier bei Polen viele alte Bekannte aus der Bundesliga dabei. Wir haben heute unser drittes Spiel gegen Spanien gewonnen und morgen wird es dann richtig wichtig gegen GB. Da wird sich dann zeigen, wie wir wirklich drauf sind. Die ersten drei Spiele haben wir relativ locker gewonnen. Unsere Herren haben gestern auch das erste Spiel gegen die Tschechen gewonnen. Und heute gegen die Polen wird es ganz schön schwierig glaube ich, weil die haben gestern super gegen GB gespielt und gewonnen. Ich gehe davon aus, dass ihr euch das Spiel auch sowieso im Livestream anschaut. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss bis morgen. Tschüss bis morgen.